Ihr könnt euch doch sicherlich noch an diesen jungen Mann hier erinnern. Serdar Somuncu hat vor wenigen Monaten seinen Abschied von der Bühne bekannt gegeben und ist jetzt nur noch als aufmüpfiger Blogger im Internet unterwegs. Seine Bühnen, Fernsehen und Radioauftritte gehören seitdem der Vergangenheit an. Von seinem Podcast Bühnengespräch mit Florian Schroeder war ich kein besonders großer Fan. Was ich allerdings durchaus interessant fand, waren die Gespräche, die Debatten, die über die Ukraine, den Russlandkrieg, geführt haben. Eines der Programme, die ich früher wirklich sehr gerne geguckt habe und auch deutlich mehr als einmal gesehen habe, war die Reihe der Hassprediger. Und umso enttäuschter war ich, als ich dann, ja das war gestern Abend, heute Nacht, einen Beitrag auf Facebook angezeigt bekommen habe. Aufmerksam geworden bin ich durch Giovanna Winterfeld. Sie teilt dieses Bild von sich. Ich, während ich mir anschaue, wie Serdar Somuncu freidreht, scheint es dir oft über mich nachzudenken. Bro, lol. Und dazu teilt sie dann eben dieses Reel. Das wiederum ist ein Beitrag von seiner Facebook-Seite, abgefilmt und unterlegt mit einer KI-Stimme, die durchaus sehr langsam und anstrengend seinen Text dort vorliest. Der Text findet sich auch auf seiner Internetseite somuncu.de und den habe ich mir mal angesehen. Und ich muss sagen, dass ich ein bisschen schockiert gewesen bin, weil ich von ihm tatsächlich inhaltlich und auch ein Stück weit intellektuell mehr erwartet hätte. und es sich leider in das einreiht, in das Bild, was ich von vielen, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit befinden, Kabarettisten, das reiht sich ein in eine Ansammlung von großen Enttäuschungen. Und er gehört jetzt leider auch dazu. Auf Facebook teilt er dieses Bild von Leonard Jäger, besser bekannt als Ketze der Neuzeit, vor allem auf YouTube unterwegs. Und den Post startet er dann mit den Worten Nazis im Tarngewand, wie sich die Rechten organisieren. Etwas, was ich gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen in den letzten Tagen und auch im Rahmen dieser ganzen Demonstrationen gegen dieses rechtsextreme Luftschluss kritisiert habe. Rechte und Nazis werden gleichgesetzt. Rechte und Rechtsextreme. Es wird so getan, es wird dem Zuschauer, dem Demo-Teilnehmer wird vermittelt, rechts sei keine legitime politische Meinung, sondern es sei gleichzusetzen mit Rechtsextremen. Oder wie hier in Somunzus Fall eben mit Nazis. Und der Mann sollte ja eigentlich wissen, wovon er spricht. Immerhin ist er jahrzehntelang mit seinem Bühnenprogramm, dem Hassprediger unterwegs gewesen. Er hat aus Mein Kampf zitiert, vorgelesen, Textpassagen hat diese dann wiederum kommentiert. Und sollte eigentlich wissen, wovon er spricht. Und auch für diejenigen da draußen, die nicht wissen, was ein Nazi ist, das ist ein Nationalsozialist, ein Mitglied der NSDAP. Und das sind die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Millionen von Menschen, hauptsächlich Juden in Europa, ermordet haben. Systematisch. Geplant das Ganze bei der Wannsee-Konferenz. Die wiederum hat korrektiv verglichen mit einem privaten Treffen zwischen CDU- und AfD-Politikern und Mitgliedern auch der Werteunion in Potsdam vor wenigen Wochen. Schauen wir uns so einen Mundschuss-Beitrag mal an. Und ich weiß nicht, ob das Ziel war, genauso wie die Öffentlich-Rechtlichen hier einfach blind zu täuschen, zu hoffen, dass der gemeine Pöbel es liest und sich denkt, ja, endlich sagt es mal jemand, da spricht jemand Fakten aus. Nein, der Mann redet Unsinn. Nachweislichen Unsinn, das werde ich euch zeigen. Nazis im Tarngewand. Der Begriff Nazi war in Deutschland schon immer ein Politikum. Mal nannte man so seine politischen Gegner, mal war man selbst einer. Die Gründe dafür, dass man als Nazi bezeichnet wurde, waren vielfältig und sie sind bis zum heutigen Tage unergründlich geblieben. Ja, ist natürlich die Frage, warum du Menschen, die im Internet ihre Meinung äußern, als Nazis bezeichnest. Aber etwas hat sich geändert. Seit dem Erstarken der AfD und dem peinlichen Dauerschwächeln der Bundesregierung tauchen immer mehr Meinungsmacher auf, die man früher nicht als rechtsradikal und schon gar nicht als Nazis verortet hätte. Und ich muss sagen, mit diesen Worten war ich durchaus erstmal positiv gestimmt. Ich dachte, Mensch, weil inhaltlich kann ich dem hier nicht wirklich viel entgegensetzen. Und dann dreht der gute Mann scheinbar völlig frei. Es ist eine bunte Mischung aus Geschichtsrevisionisten, Realitätsverklärern und angeblichen Klartextsprechern, die sich anscheinend zur Aufgabe gemacht haben, für eine schweigende Mehrheit in Deutschland zu sprechen. Für mich ist der wahre Geschichtsrevisionist jemand, der beispielsweise auch jemanden wie mich oder wie ein Leonard Jäger, ein Ketzer der Neuzeit, als Nazi bezeichnet. Als Nazi. Völlig unironisch, ohne irgendeinen satirischen Beigeschmack, als Nazi bezeichnet. Wie vollkommen geisteskrank muss man im Kopf sein, um tatsächlich diese Worte überhaupt über die Lippen zu bringen. Denn das schreit nach Holocaust-Verharmlosung. Und nichts anderes, das ist weder kabarettistisch, wertvoll, clever, lustig, tiefgründig, das ist gar nichts, Werder. Das ist billig und schwach. Ob es sich dabei um Dokus angeblich gecancelter Comedians, dubios fremdfinanzierte Meinungskanäle oder harmlos geflickschustert wirkende Reportagen handelt, die Dramaturgie ihres Auftretens weist stets die gleichen rhetorischen Elemente auf. Wir sind diejenigen, die Demokratie praktizieren, weil wir mit jedem reden, auch wenn er eine andere Meinung vertritt. Das unschuldig geheuchelte Interesse am Andersdenkenden gegenüber hat inzwischen das, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, der 70er und 80er Jahre ersetzt. Unter der Chiffre des Aufbegehrens gegen nie erfahrenes Unrecht wird so latente Hetzpropaganda zur verbotenen Meinung verklärt. Wortgewandt ist man von ihm durchaus gewohnt, inhaltlich eine absolute Bankrotterklärung. Als ich diesen Text gelesen habe, ist mir das Gespräch von ihm, was er mit Sarah Wagenknecht geführt hat, direkt wieder in den Sinn gekommen. Und im Prinzip all die Dinge, die er hier vorwirft, die mutmaßlich rechten oder eben den neuen Nazis passieren, die für sie Alltag sind, all diese Dinge hat er noch verteidigt im Gespräch mit einer Sarah Wagenknecht. Er hat auch davon gesprochen, dass Comedien, dass Künstler gecancelt werden für ihre Meinung, und dass man die Meinung nicht mehr frei äußern dürfe. Es gäbe einen Konformitätsdruck, das hat Wagenknecht gesagt. Er hat ihr dann natürlich blindlings zugestimmt. Und dann schreibt er tatsächlich diesen Text. Das Einzige, wie ich mir das vielleicht erklären kann, dass es nicht in den Sinn eines Linken kommt, und zum Mundschuch äußert sich hier ganz offensichtlich als Linksradikaler, dass es tatsächlich nicht in seinen Kopf reinpasst, dass man tatsächlich Interesse am Andersdenkenden hat. Ich unterhalte mich mit Leuten, weil ich wirklich ihre Meinung hören möchte. Und im Gegensatz zu dir, lieber Serdar, meine ich das auch tatsächlich ernst. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden, der nicht wirklich ernsthaft die Ansichten von Nationalsozialisten vertritt und diese Meinung auch wirklich auslebt, jemanden tatsächlich als Nazi, als Nationalsozialisten zu bezeichnen. Und ja, müsste ich es an einem Punkt festmachen, dass wir tatsächlich Demokratie praktizieren, wenn wir mit Menschen reden? Ja, dann sind wir, dann bin ich jemand, der tatsächlich Demokratie praktiziert. Denn wenn wir aufhören zu reden miteinander, dann wird es gefährlich. Und das, was du hier machst, trägt leider genau dazu bei. Und du müsstest es besser wissen. Du solltest es besser wissen. Dabei gliedern sich die Nationalisten in unterschiedliche Gruppen auf, die zum Teil ähnliche Ziele verfolgen. Mein Ziel, meine Hoffnung ist es, dass irgendwann die Politik in Deutschland wieder Politik im Sinne dieses Landes, der Menschen, die hier in diesem Land leben, im Sinne des deutschen Volkes zu machen. Ist das verwerflich? Macht mich das zu einem Nationalisten, in deinen Augen zu einem Nationalsozialisten? Das ideale ideologische Sammelbecken für all die Hoffnungslosen und Verschlagenen scheint zurzeit die AfD zu sein, denn eine glaubwürdige linke Opposition gab es bisher nicht. Und ob Sarah Wagenknechts BSW sie ersetzen wird, bleibt offen. So treiben viele Extremisten getarnt als harmlose Kommentatoren und Berichterstatter ihr Unwesen im Netz und sie benutzen dabei ihre Möglichkeiten geschickter als diejenigen, die sich ihnen entgegenstellen könnten. Wer könnten denn diejenigen sein, die sich beispielsweise auch Menschen wie mir oder kommst du später noch drauf, einem Julian Reichelt und seinen Formaten entgegenstellen? Ist das möglicherweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Jahresbudget von fast 10 Milliarden Euro? Der übrigens alles andere an privaten Medien überragt, an finanziellen Mitteln, die am laufenden Band vollkommen gestörte Inhalte produzieren, hochprofessionelle Dokus und Reportagen. Der Unterschied ist, dass wir die Wahrheit aussprechen, dass wir uns auf Fakten stützen und die Dinge, die wir behaupten, tatsächlich auch belegen können. Das ist der große Unterschied. Jetzt wird es richtig absurd. Nazi zu sein bedeutet heute etwas anderes als vor 10 oder 20 Jahren. Es bedeutet, die Rolle des Underdogs anzunehmen und damit auf einem ambivalenten Grad so zu balancieren, dass man zwar immer verdächtig ist, aber niemals eindeutig. Und wer Nazi ist mit seiner falschen Meinung, das bestimmst jetzt anscheinend du. Oder die Demonstrationsteilnehmer. Es sind die wiederkehrenden Floskeln und Worthülsen, hinter denen sich die Nazis heutiger Tage verstecken. Sie sprechen von Remigration. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge spricht von Remigration. Das Wort ist deutlich älter als die AfD, lieber Serdar. Überfremdung und Asylfluten. Ja, das Land wird überfremdet und wir erleben aktuell eine Asylflut. Und alle Zahlen durch die Bank belegen das. Jede einzelne. Das Land wird mit Migranten seit 2015 überrannt. In dem einen Jahr ein bisschen mehr, in dem anderen Jahr ein kleines bisschen weniger. Auch durch die Ukraine-Flüchtlinge, nicht nur, aber im Jahr 2023, sind wir auf einem Rekordniveau nach 2015 angelangt. Toll, oder nicht? Dabei ist die permanente Übertreibung ihr hauptsächliches Stilmittel. Wenn Übertreibung für dich Wahrheit bedeutet, dann ja, dann ist das auch mein Stilmittel. Zahlen spielen selten eine Rolle. Doch, und die werde ich dir gleich zeigen. Denn würde man die zurate ziehen, dann würden viele der propagierten Ängste der Nazis in sich zusammenfallen. Tatsächlich haben wir gemessen an den großen Krisen und Konflikten der Welt so wenig Einwanderung wie selten zuvor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie er für sich den Punkt mit den großen Krisen und Konflikten der Welt hier genau interpretiert und inwiefern sich daran messen lässt, wie viele Menschen eigentlich zu uns kommen müssten. Müssten es dann 5 Millionen jedes Jahr sein? Wir haben seit 2009 einen konsequenten Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland. Das ist nach 2015 etwas abgeflacht, im Rahmen des Ukraine-Krieges wieder enorm angestiegen. Aber auch dieses Jahr mit 351.000 davon 329 gestellten Asyl-Erstanträgen sind wir wieder auf einem Rekordniveau angelangt. Und diese Zahlen lassen sich belegen. Da gibt es keine Fantasie, das ist kein Stilmittel. Das sind nackte Zahlen, das sind Tatsachen. Die habe ich mir auch nicht irgendwo aus dem Hut gezaubert, den ich nicht trage, sondern die kommen vom Statistischen Bundesamt. Die Zahlen gibt die Regierung raus. Die schwächelnde Regierung, wie du richtigerweise angesprochen hast. Seit 2014 haben wir einen Nettozuwachs von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit von 4,34 Millionen. Und einen Abgang von deutschen Staatsbürgern mit 1,46 Millionen. Wir sind mittlerweile bei fast 85 Millionen Menschen in Deutschland angekommen. Und du willst hier wirklich erzählen, wir hätten so wenig Einwanderung wie selten zuvor, falls der ganze Text Satire sein soll. Erwähne ich das an dieser Stelle, bin ich glatt drauf reingefallen. Passiert mir bei irgendwelchen Twitter-Nutzern auch immer mal wieder, da ist die Grenze zwischen Satire und Realität nicht klar erkennbar. Sollte es so sein, will ich das Video direkt wieder runternehmen. Obwohl die Gründe dafür, dass Menschen zu uns kommen, nach wie vor bestehen und ungleich mehr geworden sind, es ist das Ungleichgewicht einer Welt, in der die Profitinteressen der Lobbys den Gerechtigkeitssinn der Allgemeinheit überdecken. Das ist jetzt aber schwer linkes Geschwurbel. Statt darüber zu sprechen, welche ungerechte Politik dazu führt, dass Menschen ihre Heimatländer verlassen und die Strapazen einer Flucht auf sich nehmen, tun die Nazis heutiger Tage so, als hätten sie ein gottgegebenes Eigentumsrecht darauf, mehr von den Privilegien unseres Wohlstandes zu profitieren, als ihrer Verantwortung gerecht zu werden, diese zu teilen. Da ist auch wieder ganz schön viel Unsinn in diesem durchaus schön formulierten langen Satz drin. Privilegien unseres Wohlstandes, ja, das Thema Geburtenlotto. Ich glaube, eines der linken Lieblingsthemen, zumindest wenn man sich im Berliner Szene lokal mit seinen Clubmate-Freunden trifft. Deutschland gibt unglaublich viel Geld in der Welt aus für Entwicklungshilfe. In einem anderen Beitrag habe ich dargelegt, dass Entwicklungshilfe kein Indikator dafür ist, dass es irgendeinem Land tatsächlich hilft. Das wurde auch in den 50er Jahren schon festgestellt und daran hat sich im Prinzip auch die letzten 70 Jahre nichts daran geändert. Das wüsstest du, wenn du dich damit tatsächlich mal auseinandersetzen würdest. Und schauen wir uns Afrika an, sehen wir eindeutig, dass die Länder mit der meisten Entwicklungshilfe sich nicht besser entwickelt haben, im Gegenteil schlechter als die Länder mit weniger Entwicklungshilfe. Woran kann das liegen? Ich stelle hier bloß die Fragen. Hast du vielleicht eine Antwort auf mich? Irgendeine Idee? Und welche Verantwortung ich anderen Ländern, anderen Menschen in der Welt gegenüber habe, auch das müsstest du mir erläutern. Denn ich bin nicht derjenige, der irgendwelche Kriegseinsätze beschließt, der im großen Stil zum Beispiel Waffen in die Ukraine liefert. Auch das habe ich schon mehrfach erwähnt. Wenn ich als gutgläubiger Grünenwähler an dem Plakat vorbeifahre und man verspricht mir keine Waffenlieferungen in Krisengebiete, in Kriegsgebiete und ich wähle deshalb dann genau diese Partei und dann stellt sich heraus, dann steht da ein Terminator Anton Hofreiter und möchte im großen Stil Marschflugkörper in die Ukraine schicken. Dann denke ich mir doch als Grünwähler, ich habe doch alles gemacht, um das zu verhindern. Mir wurde versprochen, dass das nicht passiert. Deswegen wähle ich diese Partei in der Hoffnung, dass sie dieses Versprechen einhalten. Und jetzt soll ich plötzlich irgendeine Verantwortung in der Welt haben, dass Politiker Entscheidungen treffen, auf die ich keinen Einfluss habe, obwohl ich ja alles getan habe, gutgläubig, um das zu verhindern, dass das passiert? Wirklich? Welche Verantwortung trage ich? Ich persönlich? Das wüsste ich gerne von dir, Serdar. Und ich muss auch sagen, dass ich dieses Ding mit Privilegien von Wohlstand, so als ob niemand irgendwie in diesem Land etwas dafür getan hätte, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Die Grenzen zwischen national, konservativ, reaktionär und rechtsextrem sind mittlerweile fließend. Nein, sind sie nicht. Menschen wie du machen sie fließend, indem tatsächlich einfach alles in einen Topf geschmissen wird. Danke nochmal dafür. Es sind vor allem die verschiedenen Gruppierungen aus Internet-Influencern, Corona-Gegnern, was auch immer ein Corona-Gegner sein soll, und Pseudowissenschaftlern, die sich die Argumentation ihrer Vorbilder aus AfD, uns wahrscheinlich, und sonstigen rechtsextremen Kreisen immer mehr zu eigen machen und dabei sogar rückwirkend von ihren Förderern und Auftraggebern instrumentalisiert werden. Da wirst du bestimmt irgendeinen Beleg für haben, was genau damit gemeint sein soll. Ich finde es interessant, auch dich hat man als Corona-Gegner, Leugner, lange diffamiert. Du hast keine Ahnung, welche Strampazen ungeimpft in diesem Land tatsächlich über sich ergehen lassen mussten. Aber auch hier wieder, in deinem öffentlich-rechtlich finanzierten Elfenbeinturm hat es sich bestimmt auch ganz angenehm gelebt. Ich weiß natürlich nicht, was für einen Lebensstandard du hast, aber bei den Gagen, bei den Beiträgen, die gezahlt wurden, gerade im öffentlich-rechtlichen, hättest du ein bisschen was falsch gemacht, wenn die Zeit nicht halbwegs angenehm hätte verlaufen können. Nach dem Motto, wenn der Durchschnitt schon selbst so über seine Probleme redet, können wir es doch auch. Die Frage ist damit tatsächlich die Art und Weise gemeint, wie man darüber spricht. Wenn du dich für die geistig-intellektuelle Elite hältst, die nur so mit dem Feuilleton des Landes sich unterhalten kann, um sich dabei, ich weiß nicht, auf den Podest zu heben, sich für was Besseres zu halten, ich tue es nicht, ich spreche so mit den Leuten, dass sie auch tatsächlich das verstehen, was ich ihnen sagen möchte. Aber warum soll man sich auch Mühe geben, dass derjenige, der einem zuhört, einen auch tatsächlich versteht, wenn man einfach billige, plakative, vulgärsprache verwenden kann. Nicht wahr? Einige schillernde Beispiele verstecken sich nicht mehr hinter Floskeln und Parolen, sondern sie sprechen offen aus, was in diesem Land lange Zeit als unausstehlich galt. Zum Beispiel Antisemitische Phrasen und radikale Ausländerfeindlichkeit, Hass gegen Minderheiten und Demokratiefeindlichkeit werden getarnt als Systemkritik und Widerstand eines gesunden Volkes, das sich angeblich nicht mehr erlauben darf, die unangenehme Wahrheit auszusprechen. Dabei ergeben sich absurde Konstellationen. Du selbst hast davon gesprochen, dass es ein Problem ist, seine Meinung diesem Land zu äußern, in der Art und Weise, es gibt einen Konformitätsdruck. Das Video, das Gespräch werde ich unten verlinken mit ihm und Sarah Wagenknecht. Antisemitische Phrasen, ja, woher kommt denn Antisemitismus, lieber Serdar? Auch das ist ein großes, importiertes Problem. Wenn man nämlich tatsächlich mit den Menschen spricht, die jeden Tag Antisemitismus erleben im Land, wenn man mit Homosexuellen sich unterhält, woher der Hass auf Homosexuelle in Deutschland kommt, dann sind das nicht irgendwelche glatzen Springerstiefel-Nazis, wie du sie jetzt anscheinend auch überall im Fernsehen siehst, auch wenn sie gar keine Glatze oder Springerstiefel tragen, sondern sich adrett kleiden und ihre Meinung, ihre Kritik an der aktuellen Bundesregierung äußern. Hass gegen Minderheiten, Demokratiefeind, das sind alles so plakative Phrasen, wirklich. Da sitzt zum Beispiel ein bekannter YouTuber und bekennender AfD-Wähler, der als pakistanisches Flüchtlingskind nach Deutschland kam. In der Fußgängerzone, er sitzt in der Fußgängerzone und fordert Passanten zum offenen Gespräch über seine Gesinnung auf, indem er ihnen nur für kurze Momente die Mikrofonheuer hat gestattet und selbst als argumentative Stütze für die Vertrauenswürdigkeit seiner Haltung die Distanzierung der AfD von extremen Gruppen wie der Hitlerjugend salbadernd erklärt. Auch so zu tun, als sei das das einzige Argument. Guckt euch die Videos von Feroz Khan an, wie er mit den Leuten auf der Straße spricht. Natürlich ist man in einer überlegenen Position, wenn man dort am Tisch sitzt, wenn man das Mikrofon hat, wenn man vorbereitet ist, wenn man Argumente mit sich bringt. Aber auch das macht es eben interessant, okay, die Leute, die sich dorthin trauen, welche Argumente haben sie denn, welche Vorurteile haben sie vielleicht auch gegen eine Partei wie die AfD und ist das tatsächlich auf Fakten gestützt oder kommt das vielleicht, weil der Fernseher, weil ein Serdar Somuncu ihnen das runterbetet, ohne dass sie das irgendwie mit Inhalt füllen können, dass sie einfach so ein Gefühl haben, das sei schlecht, weil man es ihnen immer und immer wieder runterbetet. Guckt euch die Videos an und entscheidet selber. Ob es an seiner mangelnden Bildung liegt oder an der bewusst eingesetzten Missverständlichkeit, am Ende bleibt seine dümmliche Herleitung nicht nur ein harmloser Witz, sondern sie ist ein Beispiel dafür, wie sich die Methode der AfD, Zweideutigkeiten in den Raum zu werfen, um sie nachträglich als unbedarfte Formulierung auszugeben, seit Bernd Lukes Entartung der parlamentarischen Demokratie und Björn Höckes das Mahnmal der Schande etabliert hat und von nachfolgenden Generationen aufgegriffen und vervielfältigt wird. Endlich kommt auch Björn Höcke, das Nazi-Gespenst der AfD, zum Sprechen und auch dieses Argument auch mit dem Mahnmal oder dem Denkmal der Schande, wie es häufig manchmal zitiert wird, habe ich schon häufiger darüber gesprochen. Das ist ein Zitat, das kommt nicht von Höcke ursprünglich, sondern tatsächlich vom Spiegelgründer Rudolf Augstein. Das hat er in einer Ausgabe am 29. November 1998 formuliert. Kann man das einem dümmlich ungebildeten Serd aus dem Mundschuh tatsächlich vorwerfen, dass er das Zitat nicht kennt oder nicht weiß, was dahinter steht oder versucht er hier bewusst zu manipulieren? Das, was er übrigens denjenigen vorwirft, über die er diese inhaltsleere Hass-Tirade hier formuliert hat. Das könnt ihr vielleicht selbst beantworten. Wir lesen etwas längeres Zitat. Es hilft nichts. Wir, die Zeitgenossen, können nicht vergessen, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist und was wir uns nach dem Krieg in einem schmerzhaften Prozess aneignen mussten. In uns, die wir von der Endlösung nichts wussten, sträubte sich alles und es dauerte, bis wir uns als Deutsche zu der Erkenntnis durchringen konnten, dass ein einmaliges Verbrechen geschehen war. Helmut Schmidt, ehemals Oberleutnant im Luftfahrministerium Hitlers, heute fast 80 Jahre alt, bekannte, er habe von den Verbrechen und der Judenvernichtung erst nach dem Krieg erfahren. Nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere fortwährende Schande erinnern. Anderen Nationen wäre ein solcher Umgang mit ihrer Vergangenheit fremd. Man ahnt, dass dieses Schandmal gegen die Hauptstadt und das in Berlin sich neu formierende Deutschland gerichtet ist. Man wird es aber nicht wagen, so sehr die Muskeln auch schwellen, mit Rücksicht auf die New Yorker Presse und die Haifische im Anwaltsgewand die Mitte Berlins freizuhalten von solch einer Monstrosität. Ich kann mich nicht erinnern, dass dem Spiegelgründer Rudolf Augstein jemals irgendjemand vorgeworfen hat, ein Nazi zu sein. Vielleicht taucht das ja in deinem nächsten Blogbeitrag auf, Serda. Wir können gespannt drauf warten. Bernd Lucke ist übrigens nicht mehr in der AfD. Mehr und mehr schließen sich so die Kreise. Scheinbar arglose Berichte über den CSD und sonstige Absurditäten offenbaren dabei ein zutiefst radikalisiertes Weltbild, welches auf Werten basiert, die in den seltensten Fällen definiert, sondern zumeist unterschwellig propagiert werden. Auch ihr seid herzlich eingeladen, euch alle verfügbaren Beiträge der CSDs anzuschauen. Auch ich bin in Koblenz auf einem CSD gewesen. Auch ich habe mich dort mit Menschen unterhalten, die Hundemasken in der Öffentlichkeit tragen, die aus dem Fetischbereich kommen. Lieber Serda, wenn du der Meinung bist, dass diese Form der Sexualisierung, dass das alles in die Öffentlichkeit gehört, wenn du der Meinung bist, dass Männer in Frauenkleidern, in die Umkleiden von kleinen Kindern gehen sollen, dürfen, dass Drag Queens, auch das ist alles aus dem sexualisierten Fetischbereich, das ist Erwachsenenunterhaltung, dass diese vor kleinen Kindern irgendwelche Bücher vorlesen müssen. Wenn du all diese Dinge unterstützt, dann bist du ein ganz, ganz großer Teil des Problems und überhaupt nicht imstande zu erfassen, welchen Schaden das alles anrichtet. Weil dir anscheinend egal ist, wo all diese Dinge überhaupt herkommen. Und wir, ich, beschäftige mich tatsächlich damit. Ich habe Sachen von Helmut Kentler gelesen, ich habe mich mit der Geschichte dahinter beschäftigt, ich weiß, was in Berlin passiert ist und das ist ziemlich sicher auch irgendwo im Ausland, in Ungarn, immerhin noch weiter stattfindet. Dass dort Jungen mit Päderasten zusammengebracht werden, von diesen missbraucht werden unter dem Vorwand, es würde irgendwie positiv ihrer Entwicklung dienen. All diese Dinge blendest du aus und versuchst es uns als ein radikalisiertes Weltbild zu verkaufen. Wenn erwachsene Männer in der Öffentlichkeit durch die Stadt laufen und sich gegenseitig irgendwelche Gegenstände rektal einführen, während Eltern mit ihren Kindern am Rand stehen und dabei zuschauen, dann sind das für dich keine Absurditäten und das muss man aus welchem Grund genau tolerieren? Warum soll ich das hinnehmen? Warum soll ich da sitzen und sagen, lassen wir die Welt untergehen? Lassen wir die Menschen in ihrem Krankenfetisch machen, was sie wollen? Kollateralschäden sind dann eben zukünftige Generationengesellschaften. Mein eigenes Kind soll der Kollateralschaden sein. Dazu bin ich nicht bereit. Und jeder, der das auch nicht ist, hier als Rechtsextrem, als Nazi zu diffamieren, zeigt nur, wie kleingeistig, ungebildet und anscheinend auch mit fehlender Intellektualität du ausgestattet bist. Besonders auffällig ist dabei, dass die Affinitäten zur Szene selbstbewusst gezeigt werden und sich immer obskurere Koalitionen aus Fürsprechern und Multiplikatoren bilden, die sie und ihre Anliegen gesellschaftsfähiger erscheinen lassen. Blickt man dabei etwas weiter, dann sieht man schnell die Verbindungen zu rechten Extremisten, wie zum Beispiel der rechtsnationalen Wochenzeitung Junge Freiheit oder dem AfD-Sprachrohr Deutschlandkurier. Was jetzt genau auch an denen inhaltlich verwerflich sein soll, er wird es bestimmt wissen. Auch die afroamerikanische Moderatorin eines Internetmagazins, und damit spricht er oft Giovanna Winterfeld an, welches aus der Schmiede des immer reaktionärer werdenden Umfelds um Bild Ex-Chefredakteur Julian Reichel stammt, spricht in ironisch-pathetischem Unterton über Migranten und Minderheiten und bemüht sich dabei nicht selten haarsträubend anachronistische Zerrbilder, um wenig später zu unterstellen, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe gänzlich unverdächtig sei, eine Sympathisantin rechtsextremer Ideologie zu sein. Zerda, entweder bist du nicht in der Lage, diese Statistiken zu lesen, oder es ist dir schlichtweg egal, und du hast irgendwie im Vollsuff diesen Text runtergeschrieben, oder, ich hoffe, dass diese Möglichkeit immer noch besteht, es handelt sich einfach um einen Satirebeitrag. Nazi zu sein bedeutet aber nicht nur ein Bekenntnis oder eine Gesinnung zu zeigen, sondern Nazi ist, wer Nazitexte spricht oder ihnen nicht widerspricht. Auch dieser Satz hier könnte Inhaltslehrer nicht sein. Ja, Nazi ist, wer Nazitexte spricht. Und du bestimmst, was Nazitexte sind. Herzlichen Glückwunsch, Zerda. Nun wäre es, einer offenen Gesellschaft zuzutrauen, dass sie diese Auswüchse souverän erträgt und darin vertraut, eine adäquate Gegenkraft zu entwickeln. Wir sind die Gegenkraft, die ein Bewusstsein dafür hat, welche Verantwortung in diesem Land existiert, anders als in anderen Ländern, das Gedenken aufrecht zu halten und seine Position zu aktuellen Geschehnissen auch immer davon ausgehend zu beziehen und abhängig zu machen. Diesen Satz hätte man auch einfach zusammenfassen können unter Erbschuld. Die sogenannte Nazi-Keule, was du hier machst, als Symbol für übertriebene Vorsicht der öffentlichen Moral zum Umgang mit der deutschen Geschichte zu bemühen, ist dabei ein eindeutiges Bild, welches seit den 70er Jahren immer wieder von Rechtsextrem eingesetzt wurde. Wenn jemand, der ganz offensichtlich nicht dieser Ideologie angehört, immer und immer wieder von Pseudo-Intellektuellen wie dir als Nazi diffamiert und beleidigt wird, dann verliert dieses Wort an Bedeutung. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Rechtsextremist oder Nazi eine Art Auszeichnung wird für diejenigen, die einfach nur ihre Meinung sagen. Ihre Meinung was gendern, ihre Meinung über Migranten, die überdurchschnittlich viele schwerste, schlimmste Straftaten begehen. Aber all diese Dinge ignorieren wir einfach. Gibt ja insgesamt weniger Zuwanderung, nicht wahr, Serdar? Die sogenannte Nazi-Keule als Symbol für übertriebene Vorsicht der öffentlichen Moral zum Umgang mit der deutschen Geschichte zu bemühen, ist dabei ein eindeutiges Bild, welches seit den 70er Jahren immer wieder von Rechtsextrem eingesetzt wurde, um sich und ihre Absichten hinter der Behauptung eines in Wirklichkeit nicht existierenden normativen Dogmas zu verstecken. Indem aber ein Großteil der neuen Rechten weder einen familiären Bezug noch einen herkunftsbezogenen Kontext zur Geschichte sieht, entkoppelt sie sich von dieser Verantwortung und etabliert so zugleich die perfide Ansicht und Absicht, die hinter ihrem Agieren steckt. Welche ist das denn? Teile es uns doch einfach mit. Ich kann mich mit der deutschen Vergangenheit und Geschichte beschäftigen, ohne mich selbst und das Land dafür zu hassen. Du kannst das nicht. Nämlich die Errichtung einer radikalen politischen Macht, achso, die es den anderen durch Einschüchterung und Verunlimpfung verbietet, Kritik auszuüben, die mit Spott überzieht und dafür hohlen Beifall generiert. Kommt mir irgendwie bekannt vor, als ob das das Mantra des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei, was wir seit Jahren erleben. Bernd Höcke aus der Die Welt wird so eindeutig in ihrer Komplexität zu einer Gefahr für das denkende Individuum, das sich verfolgt fühlt von staatlicher Drangsalierung und Bevormundung, solange sie nicht den Status der gesellschaftlichen Realität bedingungslos akzeptiert. Das, was in Deutschland gerade passiert, dass unliebsame Meinungen verfolgt werden, dass Andersdenkende bespitzet und beobachtet, private Treffen ausspioniert werden, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird, all das sind natürlich, all das ist natürlich keine Realität. In dieser simplen Erzählweise gilt so der Zweifel als Konterrevolutionär und derjenige, der Verständnis für das Leid der anderen zeigt, als Volksverräter. Das ist dummer Strohmann. Die zentralen Themen Einwanderung und Überfremdung werden zum paranoid-obsessiven Ostinate und sie werden zur schlagkräftigen Waffe gegen die angeblich desolate Verfassung einer Nation, die aus den Fugen geraten ist und von sprichwörtlich grenzenloser Freizügigkeit geplagt wird. Ja, all das sind reale Probleme. Und nichts von all diesen Dingen hast du widerlegt, das sind einfach nur billige Behauptungen. Und wir glauben dir natürlich in dem, was du sagst. Wenn wir unzählige Zahlen und Statistiken vorweisen, ist das alles Quatsch. Das Heilmittel für eine Genesung ist die Rückkehr zu tradierten Werten. Ja, ist es. Der kategorische Ausschluss evidente Argumente, du hast hier nicht ein einziges evidentes Argument gebracht, bedingungsloser Nationalismus und eine einseitige Schuldzuweisung, die das Narrativ der neuen und alten Rechten zu einem wahrhaften Dogma verschmelzen und wieder auferstehen lässt, dessen einziges Destillat, Deutschland den deutschen Ausländer raus, bereits Jahre zuvor, klarer und unverfänglicher von der NPD zum Wahlkampfmotto gemacht wurde. Billige Polemik, kein Argument und noch mehr Strohmänner. Bedauerlicherweise lassen sich auch die bürgerlichen Mitten und gemäßigten Kräfte vor diesen Karren der Intoleranz spannen, indem sie aus Angst davor, einen Teil der konservativen Klientel zu verlieren, auf ihre Argumentationsweise einsteigen, sie sogar adaptieren und die Diskussion so künstlich am Leben halten. Klar, wer kennt es nicht? Die künstliche Diskussion über unkontrollierte Masseneinwanderung seit 2015, nicht geschlossene Grenzen, völlig überfüllte, überforderte Kommunen, Wohnraumverknappung, ein Sozialhaushalt, der aus allen Nähten platzt, Steuererhöhungen, Ausgaben in Milliardenhöhe, in sinnlose Projekte im Inland, was uns die Migrations- und Flüchtlingskrise gekostet hat, ist kaum noch zu bemessen, aber all diese Dinge ignorieren wir einfach sehr da. Fakt ist und bleibt, du hast hier keinen einzigen Fakt genannt, dass in einer Welt, in der Kriege immer noch funktionieren, weil es eine Waffenindustrie gibt, die kein Interesse daran hat, Frieden zu erhalten, ach ja natürlich, das linke Mantra von die bösen Waffen, die wir in die Welt raussenden, sondern Kriege zu schaffen und wirtschaftliche Interessen, wir wollen in diesem Land gut und gerne und sicher leben und die Politik tut dafür aktuell gar nichts, außer leere Versprechungen. Das wollen Menschen in diesem Land ändern und jemand wie ich legt immer wieder den Finger in die Wunde. Du bist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Geh in deinem Swimmingpool Caipirinha saufen und lass die Menschen, denen tatsächlich etwas an diesem Land liegt, einfach in Ruhe. Das hat keinen Mähwert, was du tust. Hat es auch in der Vergangenheit nicht gehabt. Kriege zu schaffen und wirtschaftliche Interessen weit vor Menschenrechten stehen, nicht zu vermeiden sein wird, dass die Folgen dieser Politik irgendwann auch uns erreichen und unsere Antwort darauf vielschichtiger sein muss, als das plumpe Spiel mit Angst. Erzähl das mal den Frauen in den Großstädten, die abends mit Unbehagen vor die Tür gehen. Und das Unbehagen haben sie nicht, wenn ich ihnen auf der Straße entgegenkomme. Aber das ist natürlich alles nur gefühlte Angst, nicht wahr? Klar, lässt sich durch nichts belegen. Dieses anzuerkennen und dagegen anzugehen, dass man es ignoriert, ist die zentrale Aufgabe einer selbstbewussten Gesellschaft, die nicht ihren eigenen Egoismus und ihre Profitgier zelebriert, sondern zurückkehrt zu wahren Werten wie Menschlichkeit und Anteilnahme. Ja. Aktuelles Programm Seelenheil jetzt downloadbar im Shop. Werde ich natürlich nicht tun. Seedas Omuncu ist Schauspieler und Regisseur. Und genauso schreibt er ja auch. Anderen fehlende, mangelnde Bildung und Intellektualität vorwerfen und dann so einen Rotz ins Internet spucken. Grandios. Wirklich. Neben vielen anderen Äußerungen belegt das hier einwandfrei, dass dieser Mann überhaupt nicht mehr in unserer Realität liegt. Völlig entkoppelt von allem, was sich tatsächlich da draußen abspielt. Ich kann das nachvollziehen, dass jemand wie er eine Art Sinnkrise hat, ein Problem hat, sich mit etwas, mit einem Land zu identifizieren. Nicht Türke, nicht Deutscher zu sein, irgendwo dazwischen, zwischen den Kulturen, zwischen den Gesellschaften. Und ich verstehe auch, dass es für so jemanden nicht nachvollziehbar ist, dass es Menschen gibt, die in diesem Land hier leben, die sagen, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, auch wenn das für dich so ein völlig abstrakter Begriff ist, genauso wie Dinge wie Patriotismus, solche Dinge, die dürfen bloß andere ausleben. Es gibt die stolzen Türken, Kurden, Syrer, die stolzen Ukrainer, die für ihr Land kämpfen. In all diesen Ländern ist das vollkommen in Ordnung, auch die stolzen Palästinenser oder Israelis, vollkommen egal. All diesen Menschen gesteht man das ein, aber dem Deutschen nicht, weil Erbschuld. Und nichts anderes hast du hier in diesem Text belegt. Ich würde mir wünschen, dass auch du dieses Gefühl von einer Liebe zum Vaterland, einer Liebe zur Heimat, so wie ich sie, tief empfinde, dass du das irgendwann vielleicht hättest nachempfinden können. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es niemals passieren wird. Und das ist kein Vorwurf, das ist für mich ein Anerkennen der Realität, so wie sie ist. Und nichts anderes machen ich und viele andere mit der aktuellen Lage, mit der Situation, in der wir uns in Deutschland befinden. Wir analysieren die Realität, so wie sie ist. Wir schauen uns die Zahlen und die Fakten an, die zur Verfügung stehen. Wir ziehen dann unsere Schlüsse daraus und kommen dann eben auch zu der Schlussfolgerung, dass die Politik, so wie sie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten sogar, hier in Deutschland praktiziert wird, umgesetzt wird, nicht dazu beiträgt, dass es langfristig besser wird. Das, was Thilo Sarrazin in seinem Buch 2010 geschrieben hat, vieles davon ist eingetreten, die deutsche Bevölkerung wird immer kleiner, wir haben immer mehr Zuwanderung, auch wenn du hier das Gegenteil behauptest und es wird sich ziemlich sicher langfristig nicht zum Positiven entwickeln. Menschen, die mit diesem Land, die mit Deutschland nichts anfangen können, so wie du auch jemand bist, der mit diesem Land anscheinend nichts anfangen kann, Menschen, die unter dem Vorwand von Asyl hierher kommen, Asyl ursprünglich mal gedacht als temporärer Schutz, als Schutz auf Zeit, dass diese Menschen in ihrer Heimat wieder zurückkehren, wenn es keine Gründe mehr gibt, hier zu sein, wenn es keinen Grund mehr für Asyl gibt, weil Kriege zum Beispiel in Syrien zum großen Teil eben aufgehört haben, dass Länder zu sicheren Herkunftsstaaten, in dem großen Stil auch Urlaub gemacht wird, dass diese Länder zu sicheren Herkunftsstaaten ernannt werden und dass endlich etwas gegen den Missbrauch, den enormen Missbrauch von Sozialleistungen diesem Land getan wird, gegen die unfassbaren Steuerverschwendungen, die das Gießkann-Prinzip in der ganzen Weltentwicklungshilfe zu verteilen, wo man weiß, dass es keinen positiven Nutzen hat. All diese Dinge passieren jeden Tag, all diese Dinge sind dir egal, wie mit den Menschen, mit den Ungeimpften während Corona umgegangen wurde, ist egal, ob du selbst einen kleinen Shitstorm erlebt hast, all diese Dinge machen dich nur zu einem ignoranten Systemling und ein Opfer öffentlich-rechtlicher Meinungsmedien mache. Aber diese Dinge machen dich nicht zu einem selbstdenkenden, kritischen Bürger dieses Landes. Das ist schade und ich muss sagen, dass ich trotzdem ein Stück weit enttäuscht bin, weil ich mehr von dir gehalten habe. Aber wir alle kommen irgendwann in der Realität an und wachen auf. Ich bin jetzt in der Realität angekommen, dass ich gesehen habe, was tatsächlich in dir steckt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war heute ein etwas anderes Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.